Ja Wiii Wupp Okay Halte er zwei gedrückt um auf Gegner zu zielen die dich entdeckt haben. So kannst du es sehen Der letzte Fehler wo du nicht mehr machen würdest Höhöh ich grad eben Sind die Fasanten grad eben Wenn ihr euer schuldig erfüllt, reiche ich in den Lohn. Wenn ihr euer schuldig erfüllt, streiche ich euch den Lohn. Oh oh. Jetzt kriegst du Ärger. Ich kipps Theater. Ach, warst nix Theater. Theater kannst du... Theater konntest du machen, wo du noch in der Schule warst. Da kannst du Theater überlegen, weißt du? Nein. Äh. Dumb. So. 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 Voll ins Rücken rein, rein gestochen. Voll unerwartet, den erledigt hat eben. Nimm bei, wo ich ja wohin muss, ich hab ein paar erledigt Die, wo ich erledigt, die wird immer eh gerodelt, mattiert Die Leute, ey Ja, wüsste ich Da kommen gerade ein paar von denen Mach kaputt Die Rachen rein, volles Hals und dann reingesprochen gerade eben Ich hab von hinten an, bis ich mich so Und das so Leid Du willst mir mal den Hals brechen? Ich kann's gerne bei dir mal machen Boah, das war schon auf... Ich lade, okay, okay Ich geh schon auf... Ich geh jetzt rein auf den Boden Ja! Aufschluss ein, nein! Aufschluss! Oh! Den meisten meine Versuchung, den Rücken von Zeit doch! So. Einmal ich das Tor aufmachen. Dritte, natürlich muss ich einmal ich dritten und R2 und R2. Okay, erstmal ich. Dann. Okay. Das ist gerade eine Bewegung. Wir haben fast einen Alarm schlagen. Wir haben einen Albregen in hier. Wir würden gerade zarten. Okay. Jetzt wollte ich ihn nicht. Ich bin dann 2-2-Kampf wieder. So. Stopp los. Nein, stopp los. Ohohoho. In Drücker rein gestochen. Und ich schreibe ihn. So. Oh, ins Hals rein gestochen. Ohohohoho. Heute die Eier. Jetzt ist ja wohl mehr. Die ist jetzt auch richtig gut hier los. Oh, dann mal ich. Einmal den Fall zu machen. Und danach eben den Ausflächen schieben. Was? Mhm. Heute habe ich einen Kampfmus drauf. Ich bin doch nicht einmal gestorben. Wo eigentlich wirklich ein Wunder ist. Wenn ich spiele, spiele, wo man sterben kann. Normalerweise sterbe ich so schnell. Normalerweise. Oh, ich bin doch nicht so schnell, ich bin doch nie geschehen. Oh, der ist doch einer natürlich... Und ich bin doch nicht sicher. Ich bin doch nicht so schnell genau. Das war ja eine ordentliche Ratschund in den Zillengrad eben. Ich muss mit die anderen Ratschund laufen. Ich muss in die Richtung da bauen. Oh, ich weiß nicht, dass ich da auch glättern kann. Oh, okay. Problem gelöst, wenn ich da hinkomme. Ich würde mich merken, dass ich da auch glättern kann. Sprint. Hallo, Sprint auch. Sprint auch ein bisschen später. Sprint auch. Okay. Hier werden Kinder vom Vater gewählt, die auch. Nehmt die Beine. Ähm, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, eine Katze, ne? Na, ja, ja. Ja, ich muss da auch die Reyes geben. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ich weiß nicht, dass ich die mit dem Blumen herbeitell nicht erdrehen habe. Ich weiß nicht, dass ich ihn mit einer Klang erschöpfen habe. Ich weiß nicht, dass ich Sie mit einem Schrauben misebekommen habe. ich habe mein ziel entdeckt, ich auch ja, wollen wir mal du bist so gut, was soll ich gerade eben sagen? du bist tot? der eine wollte gerade mal was sagen deinen, wo mich antreffen wollte du bist so gut schöne Worte, oder? hast du schön aufgeschlitzt, ja 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 er kann sich immer versatzt werden aufschluss oder reinhauen noch wir wollen gerade noch einmal sagen in dem Moment noch in dem Moment habe ich die Töte genau in dem Moment, wo das nicht mehr versatzen kann läuft bei mir ja ja einmal den Satzflieg entlassen ja ja auf die Kiste wollen wir ja nicht drauf steigen, aber naja ja 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 hop 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 ok Ich habe ihn mit ihm gelegt. Sag mal, das hörst du nicht jedes Mal hin und her, und dann schlägst du das ab! Hallo? Nicht verzagen, weitermachen! Nein, nein! Für Hilfe wird dir auf jeden Fall nicht kommen! Du wirst jetzt zu deinem Ende nachsehen! Das ist so geil! Nicht let down! Du wirst dein Heim hauen! Finde ich in feindlichen Schein! Backrend gibt's nicht! Boah, vollst du in Rache rein! So! Das ist erledigt. Es ist erledigt. Jawohl. Und was ist erreicht, Bursche? Ein loses Rad im Starrix-Getriebe. Ein großes, zwar. Doch das reicht nicht. Euer Großmeister wird fallen. Die Assassinen könnt um London kreisen. So viel ihr wollt. Der Apparat... Ja, sie sind gerade so viel kreisen, wir wollt in London. Und hält noch tausend weitere. Hä? Wir werden euch London entreißen. Von Greuden aus? Du versteckst dich im Schatten wie ein Feigling. Ich versteck mich im Schatten wie ein Feigling. Und er ist tot. Seine letzte Worte beim Fünfsterben noch sagen. Das hat es in keinem neuen Auftrag verfügbar. Das ist schade. Dann werden wir mal... Wenn das überhaupt hier in diesem Spiel möglich ist. Wenn das da nicht ist, ist das vielleicht irgendwo anders. Der Assassine, Töntte den! Der kommt hier. Okay, jetzt muss ich abholen. Jetzt muss ich erst mal abholen. Schön, dass ich das nicht zufrieden möchte. Ich will mich nicht treten. Ich schau jetzt gleich die Bahn ab. Oh, die sind auch... Mann! Ah! Oh! Ah, komm! Ein bisschen... Oh, das sieht auch geil aus! Ich kämpfe mal auf die Bahn! Auf die Bahn! Die Band! Oh, das sieht echt geil aus! Oh! Komm, komm! Blieb doch mal hier runter! Bereit! Komm, los! Das hat mal! Du bist du! Endlich! Komm mal, wie viele Leute, wenn noch ein bisschen vorbei ist! Alter! Warte! Hör mal! Okay! Okay, jetzt hör mal! Und das! Und das! Schrieg doch mal hier runter! Hör dumm! Ich schau! Oh, fei! Noch nicht gestorben! Noch nicht mal einmal gestorben! Was ein Rekord! Habt ihr die Hosen voll, Jungs? Habt ihr die Hosen voll, Jungs? Habt ihr die Hosen voll, Jungs? Ja! Oh, ihr müsst ja noch höhere Bahn! Halt denn! Oh, oh! Nein, 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 nein! RIN! Hm! Der Schuss fällt vielleicht in Abgrund! Das war das für mich die Bahn! Das war das für mich die Bahn! Das war das für mich die Abgrund! opf! Tja 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 Da gab es vorhin einen außerplanmäßigen Halt! du alter okay Ich bin jetzt auf die Bahn, ist auf jeden Fall kaputt. Ähm. Uiuiui. Raffreifen, welche Mittel aus? Wenn die Ende kommt, wirst du mit ihr ins offene Meer gespügt. Ich halte mich von Politik wieder fern, Lassay. Ich bitte dich, wir wissen, was du für einen bist. Genug. Neun, neun Wochen treffen jeden Augenblick ein. Wurde sie am Torabend. Du bitte nicht angemessen. Das ist doch knapp. Nächstes Mal ihr Wichtigste. Ja, gut ist es besser, als um die Bahn zu fahren. Sonst kann das passieren. Neue Gesichter im Hafen. Ich habe jetzt gerade einen Pokal bekommen.